Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Unterbach. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 50 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 690 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017